Ich bräuchte bitte einmal ein bisschen unterstützen, das wäre auch sehr nett. Ich weiß nur nicht, wie man Unterstützung anfordert. LTE war das doch, oder? Ich weiß es nicht. Wieso hält er nicht an, dieser... Und vor allem, er flieht in einem rasanten Tempo. Ja, sogar noch gefährlich. Junge, 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 Junge. Aufhalten. Wir ziehen ihn aus dem Auto, wir ziehen ihn aus dem Auto. Schreiben deine Polizei. Ey, das, das haben wir doch, unser erster Verfolgungsjagd, ach, jetzt habe ich den Seren angelassen, habe ich jetzt vergessen. Aber das ging doch eigentlich recht in Ordnung. So, hallo und da bin ich hier. Und diesmal ist es ein K-Mod, und zwar ist es der schöne hier, der schöne, der schöne Auto vor allen Dingen. Mh, sehr schöne Auto. Und, äh, achso, ich habe noch gar nicht, äh, alt P gedrückt. So, willkommen zur LFP DFA, guten Tag, wie geht's dir so? Ähm, wir gehen dann mal wieder rein und machen alles, was wir, äh, schon mal gemacht haben. Holen uns nämlich wieder unsere schöne Uniform. Und so weiter. Ich hoffe, er hat es gleich nicht allzu, äh, allzu leise. Kollege, ich muss hier rein. Mann. Immer diese Kollegen, die im Weg stehen. Ähm, wir nehmen heute mal Different Models, ja. Ähm. Wir nehmen mal, wir nehmen mal, wir nehmen mal, mh. Ich würde mal sagen, wir nehmen den hier. Nein, da war es doch gerade. Nein, ja, nein, 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 nein. Ja. So. Äh, so. Das ist auch in Ordnung. Das ist auch toll. Und, klar, das brauchen wir nicht, alles klar. Wir haben uns equipped. Ne. So. Ich hoffe, das Spiel hält auch heute mal länger durch. Müsste jetzt eigentlich, denn ich habe es stabilisiert. Und zwar. Es ging so. Ähm. Guten Tag, Kollege. Einmal den Head wechseln, bitte. Dankeschön. Mal den Body wechseln in den hier. Dankeschön. Den Hut, er möchte einen Hut aufhaben. Und er braucht aber keine Glasses. Sehen wir gleich aus. Oh, ne, habe ich uns jetzt gleich gemacht. Wir sind Zwillinge. Oh, wir sind Zwillinge. Mein Body, mein Body. Nein, okay. Ähm. Habe ich ihn jetzt gerade erdrückt. Ich hoffe, ich habe ihm jetzt kein Leben abgezogen. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier, äh, meinen schönen Wagen. Ich kann mir natürlich auch so einen nehmen, ne. Aber nein, wir wollen ja unseren E-Klassen, B, W. Äh, das stand zwar so. Ich habe es runtergeladen und es hieß E-Klasse, B, W. Äh, ist, obwohl es eine Mercedes ist, wie man da vorne leicht erkennen kann, jetzt gut erkennen kann. Äh, ist also kein BMW, steht halt einfach nur BW da. Ich weiß nicht wieso, aber... Okay, und es ist wirklich einfach sehr leise. So, jetzt gehen wir mit der Kamera ein nach hinten. Das Doofe ist bei dem Wagen, es gibt keine First-Person-Sicht. Die ist bei dem Wagen ein bisschen verpackt. Aber, äh, soll uns jetzt nicht stören. Und, ähm, ich muss mich einmal kurz entschuldigen für die ersten beiden Folgen. Ähm, ich weiß nicht wie, äh, geding... Was ist da passiert? Hallo, wie die Rente? Alles klar. Da fahre ich jetzt mal kurz hin. Zu ihm. Ich hab... Ich bin jetzt gerade hier gejoint. Der... Weil er wollte ihn holen, aber das ging nicht und... So, mal bitte anhalten hier. Woa. Alles klar, ich hab kein... You can use the test of the copulation, so, äh, lost suspec. Ja, ich weiß leider nicht, wie man den testet aktiviert. Wie kann man den aktivieren? Was ist das? Muss ich kurz einmal ganz schnell hinrennen. Ich weiß nicht, wo der ist. Sie wenden weh, der ist auf dem Auto. Der ist... Der rennt da nur, alles klar. Hände hoch. Die sind festgenommen. Das ging doch eigentlich recht einfach. Oh, da hinten, äh, bom, 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 bom. Okay. Ich hab ihn nicht gerade eben schon festgenommen, Junge. Naja, gut. Äh, wir rennen erstmal wieder zu unserem Auto. Ich hab ihn auf jeden Fall schon festgenommen. Press E to release this aspect to, äh, ja, to new one. Äh, weiß doch schon. Auf jeden Fall there's, äh, unit on way. Das ist auch toll. Wir gehen wieder auf unser, auf unser Auto, vor allen Dingen. Und, äh, was ich noch sagen wollte, damit ich, äh, LCPDFA... Hat er die gerade nochmal aufgemacht, obwohl die schon offen war. Ähm, komm, halt small. Ähm, und zwar, ich habe noch einen Mod dran. Nicht nur den Auto-Mod, nicht nur den LCPDFA-Mod. Nein. Ich fahr in der Seite. Darum hatte ich auch gerade eben keine Sirene an. Denn dieser, wenn ich jetzt M drücke... Halte. Geht gar nicht, alles klar. Äh, drücke ich halt J. Äh, weil jetzt habe ich hier... ELS drin. Weißt was, ich wetten, wir kriegen gleich keine Einsätze mehr, weil dieser... ...Sieb-Kanal liegt. Der ist so erschossen. Der ist doch tot. Wenn ich jetzt hier weggehe, dann bleibt der da. Ach, er ist auch gar nicht der. Es ist auch... Ach, ist schon... Ist weg. Alles klar. Ähm... So, Entschuldigung. Alles klar, wir haben jetzt ab. Ähm... Ja, ich weiß alles. Ja, das war noch Geld, das war noch Geld. Das war Rot, ach, ey. Ähm... Und wie gesagt, ich versuche jetzt ordentlicher zu fahren. Ich muss mich entschuldigen, weil dieser geile ELS-Mod-Töne hatte ich nicht drin. Das war der zweitbeste Mod in GTA 4. Äh, nach dem LCP-DFA. Das ist der zweitbeste Mod im ganzen Spiel ever. Und, ähm... Und, ähm... Genau, und, ähm... Ähm... Sorry, 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 sorry. Ähm... Kann ich eigentlich mit dem Wagen hier reinfahren? Kann ich sowieso nicht, weil ich noch gar nicht in der Mission so weit bin. Also, ich habe, wie gesagt, schon, sagen wir mal durchgespielt, aber... Na, ihr wisst, was ich meine. Ähm... Gut. Wie sind da so viele Taxis? Gut, ich dachte schon, du willst hier reinfahren, Junge. Ich dachte schon, du willst da reinfahren. Und, ähm... Äh, ja. Auf jeden Fall. Ich weiß leider nur nicht, wie man, äh, die Sirene anmacht. Äh, die Sirene, klar, äh, die... Die Blaulichter anmacht. Wenn ich jetzt... Uh, der Drunk Driver. Nee, ich kann grad nicht joinen, denn wir haben uns hier gerade... Ich hab' einen eigenen Einsatz. Der ist woanders. Mit H macht man das, äh, an und aus, aber nur wenn das Blaulicht an ist, das weiß ich. Und, now. Äh, ich weiß nicht, wie man nur das Blaulicht anmacht. Ich hab' jetzt hier alles drei an. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wie man nur das Ding anmacht. FC. Äh, F9. Und, apropos, in der letzten Aufnahme hab' ich mit F10 50 Minuten... Ach, junger Halsmund. Ähm, du darfst aber auch nicht mehr weiterfahren, also bitte, please step out. Und zwar, Junge. Ganz ruhig. Ich hab' ich nur einmal F10. Und F9. Hände auf die Hände oder Hände auf die Straße. Es ist deine Wahl. Hallo? Ein Drunk Driver. Nee, komm. Vielen Dank. Ach, musstest du ihn jetzt anfahren. Also, an, angehen. Och, junger Alter. Stopp, bitte einmal hier. Halt, 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 halt. Halt. Hier ist ein Drunk Driver. Wir müssen ihn einmal kurz untersuchen. Also, untersuchen nicht, sondern, Dingsen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Also, eigentlich finden wir eine Flasche. So. Und, wenn ich jetzt F11 drücke, dann... F11. Junge. Alter, wenn du nicht hören willst, dann nehm ich dich halt einfach fest. Nein, das wollte ich nicht. So, lieber Kollege. Dich nimm mir mal selber mit zur Waffe. Vor allen Dingen zur Waffe nehme ich ihn selber mit. Alter, wohin rennst du, Junge? Dankeschön, Leute. Habe ich ihn wenigstens hier fest. Was ging da gerade ab? Ich weiß es nicht. So. Ich weiß auch nicht, wie man also nur das Ding anmacht. Äh, weil... Wenn ich J drücke, dann macht er als erstes die... Äh, Polizei an da vorne. Wenn ich nochmal J drücke, macht er die Warning Lights hier unten an. Die sieht man nicht. Die sieht man halt nur auf dem Boden. Wenn ich nochmal J drücke, macht er die... Oh, ich war in den Falschrechten. Macht er die Sirenen, äh, die Blaulichter da an. Ich weiß aber nicht, wie man nur die Blaulichter anmacht. Mit K mache ich zum Beispiel nur das Dings an. Mit L mache ich nur die Warning Lights. Ja, doch. Mit L mache ich nur diese komischen Dinger da an. Was soll denn das war? Kann ich jetzt nicht überspringen? Boah. Ähm. Bitte, entschuldige mich. Ich denke, du kennst, wie das geht. Nichts drücken. Du hörst? Ja, ja. Okay, okay. Okay, okay. Okay, ähm. Genau. Jetzt fahre ich hier kurz einmal wieder raus. Drücke einmal nochmal J. Wegen haben die die Tür zugemacht. Wegen dem LS Mod. Ähm. Wenn ich jetzt nochmal J drücke. Ach ne, das war gar nicht J. Komm. Hör auf. So, K, L, machen die an. Und bei Ö. Oha. Oder Ä, Ö und Ä. Passiert gar nichts. Wieso klatscht der? Warte mal, wenn ich kurz einmal aufsteige. Da habe ich meinen Hut wieder aufgenommen, weil ich den Hut im Auto nicht aufhabe. Alles klar. Gut, dann fangen wir mal weiter. Weiter hier und steife. Mhm. Alles in Ordnung. Spiel hat gerade ein bisschen geruckelt. Ich hoffe, aber solange es nicht absteht, das ist noch in Ordnung. Mhm. Es ist grün. Sorry, ich kann nicht. Ich bin beschäftigt. Noin, tschüss. Ich habe keine Lust auf einen Dangerous Driver. Oh Mann. Ähm. Muss ich nur kurz warten, bis die... Hast du mich angefahren? Pull over, Asshole! Der Typ hat mich gerade wirklich angefahren. Also. Done. Junger Werder her. Ja. Erstens, sie haben mich angefahren und zweitens, sie wollten an mir vorbei. Das ist aggressiv. F9. Vielen Dank. Wie heißen Sie? Dominic MacGowen. Alles klar. Habe ich keine Lust einzugeben. Ich drück mal F12, weil dann... So. Zentrale, hier ist eine, ein McDowen... Ne, ein Dominic MacGowen... Com... Ne, ein Dominic MacGowen... Ne, ein Dominic MacGowen. In the Cautions and Experience License, we stopped in times for no active warnings. Alles klar, bei den Experience License hört sich jetzt an sich nicht allzu gut an. Das heißt... Sie müssen leider anhalten. Stopp. Sie haben leider keine gültige Fahrlizenz. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Kann ich Ihnen jetzt nicht festnehmen? Ich möchte Ihnen eigentlich nicht festnehmen. Ne, ich kann Ihnen nur... Ah, jetzt habe ich etwas genommen. Na gut, ich wollte Ihnen eigentlich eine Warnung aussprechen. Wie das? Ich weiß nicht, was man da macht. Ich glaube, man muss sogar eine Warnung, wenn man ohne Führerschein Auto fährt. Wie hat man dann festgenommen? Wir sagen einfach mal, er wird jetzt in eine Zelle gebracht. Zum Verhören. Oder irgendwie sowas. So. Beides wieder aus. Wenn ich jetzt aufstecke, dann gehen die Töne wieder normal auf. Genau. Dann werde ich noch wieder einsteigen. Äh. Wohin gehst du? Ich weiß echt nicht, wie man nur die Sirene oben macht. Ups, jetzt habe ich Enter gedrückt. Jetzt ist er weg. Hä? Ich muss bitte einmal kurz zusammen. Weil irgendwie ist er... So, bitte einmal anhalten. Kommt jetzt mal hier hin. This is control. We've got a suspect resisting arrest in Firefly Island. Alles klar. Ich muss kurz einmal weg. Jungs, ich hab... Wir haben einen Einsatz. Stimmt's? Partner. Da kommt er doch endlich. Endlich. Junge, 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 ey. Alles klar. Äh, fahr ich jetzt hier runter. So, ähm, wir haben jetzt hier... Stopp. Ey. Polizei, anhalten. Polizei. Ich bräuchte bitte einmal ein bisschen unterstützen. Das wäre auch sehr nett. Ich weiß nur nicht, wie man Unterstützung anfordert. LTE war das doch, oder? Ich weiß es nicht. Wieso hält er nicht an, dieser... Und vor allem, er fliegt in einem rasanten Tempo. Ja. Sogar noch gefährlich. Junge, 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 Junge. Aufhalten. Wir ziehen... Wir ziehen mich aus dem Auto. Wir ziehen mich aus dem Auto. Ich bin bei der Polizei. Ich bin bei der Polizei. Ey, das... Das haben wir doch... Unsere erste Verfolgungsjagd... Ach, jetzt habe ich die Sirene angelassen. Habe ich jetzt vergessen. Aber das ging doch eigentlich recht in Ordnung. So. Wir steigen wieder ein und machen erstmal die Sirene an. Und jetzt aus. So. Willst du zur Hölle zurückkommen? Ich bin auf dem Boden. Gut, jetzt holt er ihn. Das ist doch alles in Ordnung. Also unser erster... Erfolgreiche... Was heißt unser erster Erfolgreiche? Unser... Überhaupt unser... Verfolgungsjagd... Und gleich eine erfolgreiche... Das ist doch perfekt. Ähm... Das ist grün. Komm, du kannst fahren. Genau. Let's slow it down. Ähm... Oh, ich habe noch mal... Achso, da muss ich ja eh anhaben. Okay, komm, ich komme jetzt... Och, Junge. Du bist jetzt über die rote Ampel drüber gefahren und du kannst jetzt anhalten. Hast du mich verstanden? Das wollte ich nicht. Perfekt. Wieso ist der rot? Alter, was ist los hier? Was ist los hier? Der rennt weg? Ich muss erstmal den hier im Auto gerade schnappen. Ach du, Heilig. Wieso fährt einer weg und einer rennt weg? Komm, steig doch einen in das Wagen. In das Wagen vor allen Dingen. Zieh ihn aus dem Wagen. Partner, Partner. Komm, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Raus aus dem Wagen. Wieso habe ich einen Kaffeebäck in der Hand? Komm, anhalten, anhalten. Bleib stehen, bleib stehen, Junge. Junge, Junge. Hände hoch, Hände hoch. Sehr gut, die anderen geben die anderen. Ja, das ist toll. Mit Alt-E macht man doch Verstärkung. Aber nur wenn die es haben wollen, dann machen wir die Verstärkung. Wir müssen jetzt einmal kurz ganz schnell weiterfahren. Komm, steig ein. Hupsala, 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 Hupsala. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Er ist auf jeden Fall... Nein, nein, nein. Boah. Das war knapp, das war knapp, das war knapp. Er ist aber hier hochgerannt. Ich weiß echt nicht mehr, wo er ist. Ich muss ihn einmal... Nee, es war echt zu spät. Ja, das hast du ja es escaped. Uh, 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 a drug deal, a drug deal, a drug deal. Ich hab die, ähm, Callouts runtergestellt von 600 auf 300. Das heißt, wir kriegen jetzt doppelt so viele Callouts. Also Einsätze. Damit wir auch mal ein bisschen zu tun haben. Ähm. Aber auch nicht zu viel, dass ich jetzt, äh, die Callouts von Minimum auf Eins und höchstens auf Zwei, das heißt, es gibt durchgehend Einsätze. Das wäre ja hart, Alter. Durchgehend Eins gerade geschafft, das Nächste sofort. Ähm. Wir sind doch hier nicht in, in, was weiß ich, in der City. Gibt es halt, das wollte ich nicht. So, wir müssen jetzt einmal hier... Schatzfeier, Schatzfeier, Schatzfeier. Alter, komm, 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 komm. Lasst meinen Kollegen in Ruhe. Oh, hab ich grad meinen eigenen... Hier, irgendwo muss noch einer sein. Was ist der? Oh. Der hat einen Kollegen erfassen. Komm, 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 komm. Wo ist denn hier noch einer? Die drei sind's nicht. Der hat sich hier irgendwo reingebockt, oder was? Oh, ne, komm, der hat sich jetzt echt nicht reingebockt, ne? Doch, wenn die alle auf der Wand ziehen, dann... Ist der da in der Wand drin? Oh, komm. Oh, komm. Ich hab' mich hier nicht durch die Wand. Are you freaking kidding me? This is control. Suspect taken down. Let's make this quick, I'm hungry. Ach, komm. Kann mich hier nicht durch die Wand? Warte, wenn ich so mach, kann ich ihn dann irgendwie festnehmen? Ne, na? Es geht, es geht grad... Oh, ich hab' ne Waffe. So, plötzlich ist mit der Uzi. Ach, komm, jetzt hat er sich da in der Wand gebockt. Den kann ich auch nicht mehr festnehmen, ne? Ja, gut, ähm... Bestimmt kann ich auch irgendwie... Ich weiß nicht wie... Express... Mode enabled. Hä? Was hab' ich gemacht? Ich hab' irgendeinen Mode enabled. Ich weiß nicht welchen, wo ist mein Partner? Ist er tot? Ich kann nichts mehr drücken. Also vom ELS-Mod, der hat sich grad irgendwie verabschiedet. Also da stand irgendwas mit, weiß ich nicht, auf jeden Fall der Mode geht noch. Ach, jetzt hab' ich das so gemacht, dass ELS... Non-ELS-Version ist das jetzt sozusagen. Genau, so. Oh Gott, was ist jetzt passiert hier? Oh Gott, was ist jetzt passiert hier? Komm, ich möchte hier den ELS-Mod wieder dis-enablen. Ähm... Da, ich hab' nur grad gesehen, ich hab' nur grad gesehen. Der war doch grad' da irgendwo. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich kann't get behind the Suspect. Ich kann't go. No. Okay, jetzt kann ich auch nichts mehr machen, das heißt... Jetzt hat sich auch das ganze Spiel verabschiedet, weil... Also nicht verabschiedet, sondern einfach... Ich kann nichts mehr machen, weil der nicht mehr dahinter gehen möchte. Doch! Ja, ich hab' ihn, ich hab' ihn, ich hab' ihn. Jetzt hab' ich eng gedrückt. Nein. Ich kann ihn auch nicht mehr nehmen. Take the Suspect. E. Ja, ich hab' dich geschafft. Hier ist dein Suspect. Wollt ihr schön. Äh, was geht mit dir, junge Dame? Halt einmal wieder an... Oh, du heilige Scheiße. Junge Dame, Sie müssen hier einmal kurz einmal... Pull the car to the side! Ach, komm, ernsthaft. Jetzt ist sie da angehalten. Alter, hau ab da. You left the vehicle. Ja gut, wie wär's denn, wenn du weiterfährst? Geht doch. So. Ähm. Slow it down! Tick's your ass! I know this... I want to go! I need my fat, hairy fat! L-P-P-D. Let's slow it down. B-B-B-A-N! Un-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Ich muss einmal hier durch, ich muss einmal hier durch. Achtung, 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 Achtung. Die sind alle alleine hingefallen, das war ich nicht. Wo ist der hin? Oh, da ist eine Leitfunk, hab ich ja nicht gesehen. Da hinten ist sie. Oh, das tut mir leid. Uh, Schutz feiert. Ach, du heilige. Ja, sie gibt auf, sie gibt auf. Loslassen. Hey, ganz ruhig. Ich hab gesagt, sie sollt aufgeben. Ein Herz noch, also einmal, oh, wer hat mich jetzt hier verpassen. Okay, das war's. Vielleicht fällt mir noch irgendein Idiot ab. Alles klar, der hat sich gestellt. Zum Ende der Folge nochmal eine richtig spannende Szene. Ähm. So, den hab ich. Und dich hab ich auch. Das heißt, ich muss einmal mein, äh, Spiel neu starten, damit diese Scheiße da oben weg ist. Ähm, ich drück einmal. Gut. Und, ähm, dann sag ich so, ach, mein Kollege ist ja auch weg. Stimmt. Ach, was geht hier grad ab? Oh Gott. Okay, das heißt, äh, bis zur nächsten Folge von LCPDF. Eher, in der nächsten Folge fahr ich wahrscheinlich wieder im deutschen Stil hier. Ich liebe die deutschen Polizeiautos einfach. Das heißt, äh, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und, ähm, schreibt einen Kommentar, was man verbessern könnte. Und, ähm, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Und, äh, ciao, ciao. Here we go, please.